Hi, ich bin Marc von Sloppy.io. Wir mit Sloppy.io betreiben die einzigste Container-Hosting-Plattform in Deutschland. Bei uns ist es möglich, sauschnell jegliche Art von Software zu starten. Jeder kennt das. Es gibt ein neues Produkt. Die Entwickler haben jahrelang entwickelt und dann soll das Produkt endlich live gehen. Und es gibt weiterhin Probleme beim Hosting. Wenn ihr das alles nicht mehr haben wollt, kommt zu uns. Bei uns könnt ihr jede Art von Software-Stacks starten innerhalb von Sekunden. Wir sind billig, wir sind hosted in Germany, wir sind das Digital Ocean für Container.